so hallo wir zeigen euch mal wie man ein gummi boot aufpumpt da gibt es ein ventil dieses rote teil was ihr da seht und es hat zwei stellungen einmal ganz draußen wie man vielleicht hier sieht und so wird es aufgepumpt da muss man aufpassen wenn man das ventil nämlich drinnen letzten punkt auf ist die luft ruck zuck wieder draußen und wenn ich es ablasse drücke ich das ventil hier rein und so lässt man die luft ab deshalb ganz wichtig beim aufpumpen immer schauen dass das ventil draußen ist und dann könnt ihr das boot aufpumpen viel spaß dabei